beim letzten habe ich wieder die vier gedrückt oder das letzte war eine 1 glaube ich die letzte war eine 1 ja gesagt du lügen wollte dann hätten wir drei drücken müssen scheiße das ding ist manchmal sagt er dann auch dann drückt die position die du beim ersten mal gedrückt ja genau richtig und deswegen also ich habe jetzt also was du dir merken musst du musst du mir sagen was ich tun soll ich schreibe mir weil ich kann mir so was ich merken ich schreibe einfach auf was ich gedrückt habe und okay ja gut scheiße dann habe ich das voll überhört dann hätten wir es vielleicht noch reißen können und das ist das wert gehabt geworden wir hatten natürlich so viel hättest du danach noch mal eins gehabt ja vergisst es niemals fünf zahlen sind es also fünf mal muss was drücken noch mal ja sekunde ich muss so kurz schauen wir kurz auf zahlen als zahlung baby position so genau wie kostet das spiel 15 euro auf steam wenn es nicht immer angebot ist okay hoffe ja wir sind knackig aber okay ja da ist man muss hat bedenkt da kann man echt also auch ja eigentlich nur eine person das spiel wenn man man kann ja auch zum beispiel mehrere bombe tv also der ist manual durchlesen okay ja auch einiges einer ist halt an der bombe und vier oder so oder betrieben gesagt sind an dem manual dran ja okay 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 ich habe angst vor den anderen mann ja ich auch oh nein ich sehe jetzt schon aber gerade das kommt zum schluss symbole bist du da wieder dieses halbe disney zeichen das halbe disney zeichen okay half life symbol mit diesem strich oben dran habe ich denn ein etwas zu ein weh was bist du ja so aussieht wie narsch oder hänge titten oder hänge titten okay habe ich genau und dann ein kreis der in weiß ist ein kreis ein stern der in weiß ist okay dann die hänge titten ja disney zeichen ja half life und der stern alles klar so drehte drei stück zwei blau eine gelbe scroll ich schnell drei stück okay läuft was zwei blau einer gelb was einer blau und einer gelb zwei blau einer gelb zwei blau einer gelb der zweite ok war richtig so das nächste ist jetzt wieder das was wir gerade zum schluss hatten in der mitte steht eine vier in der mitte steht also auf dem display steht eine vier du die vierte position drücken ok habe ich 2 ist die 2 du musst die gleiche position drücken position drücken jetzt eben also die vierte ok ok war richtig das nächstes kommt eine 4 ist das auch wieder 2 und 4 also wieder die vierte position dann die nummer 4 drücken ok war richtig jetzt kommt eine 4 jetzt kommt eine 4 das ist die gleiche zahl die wir bei der stufe 2 hatten ok die 2 und das letzte ist eine 1 eine 1 was wir als erstes gedrückt haben ok die 2 oder welche positione welche zahl also kommt auch selber raus so super und das letzte ist simon saas oh gott warte muss ich schnell scrollen simon saas simon saas ok grün blinkt grün das blick gerade nur grün also da muss ich wahrscheinlich grün drücken und dann muss mir die nächste position sagen die ich drücken muss ja drück mal grün gut grün grün also grün rot jetzt bin ich verwirrt es kam jetzt grün rot ja grün rot jetzt musst du mir sagen manchmal ist es nicht dasselbe ich muss ich das grün rot und dann kommt also ich muss jetzt blau drücken ja was habe ich denn okay blau war richtig warte kurz jetzt wird sie jetzt nicht auch durch grün rot immer noch blau ja richtig ok oh gott ich bin voll verwirrt und hier wünsche ich mir nur ein einziges mal mit profis zu arbeiten ich bin verwirrt ich habe jetzt blau gedrückt aber es verändert sich nicht immer noch grün rot fängt es vielleicht nicht von vorne wieder an da hast du mal haben die strikes bekommen ne ne if the syrian number ich habe einfach mal gedrückt ok ich hasse simon saas obwohl das der kinder kacke ist so gut so ok ok jetzt geht's los ok alles klar 6 stück drei blau einer gelb einer rot hast du einen roten ein roter ja der vierte alles ja war richtig so die zeichen wieder zeichen ok hau rein ständchen in weiß ja ein copyright zeichen sozusagen ja denn wieder die drei mit schlaganfall ja und das k mit dem gespiegelten k dran das c das k die drei stern alles klar gut jetzt kommt noch wieder was neues lass uns erstmal das machen da steht oben c also s a y s und darunter sechs wörter ok ich glaube das habe ich gefunden jetzt muss ich nur noch das finden witzig das jetzt habe ich ja ganz unten rechts ok nee das war falsch necks war falsch euro also j j j u r so muss ich dir vielleicht noch die wörter sagen die da drin bestehen weiß ich nicht ich weiß nicht hast du das euro mit dem apostrophen oder nur ohne apostroph dann ich habe halt ein auge und das ist rechts mitte rechts bitte auch falsch hätte display and step one hold on steht jetzt using the button label hold on ist jetzt das wort hold on i'm coming also sozusagen jetzt zwei wörter das wäre wieder das auge wäre ganz unten rechts musst du denn alle anderen drücken außer das auge ne 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 ich weiß jetzt gerade nicht was falsch ist also rechts hold on steht da irgendwas mit batterie oder so weil ich habe zwei batterien und serial number vielleicht ue ist da drin read the display and you step one to determine which button label to read repeat until the module has been warte kurz ich muss dir denn sagen was da steht glaube ich und da musst du gucken ja ja ich glaube so war das ich beholt und war und brecht sagst du ne ja wort mit fragezeichen jetzt musst du irgendwo in der liste nachgucken was man bei wort drücken soll glaube ich da habe nur ein auge damit ich da gucke was das ist ich habe kein wort genau und du du hast da irgendwie doch irgendwo muss da jetzt muss da eine kombination von word entstehen und du sagst so nach und nach auf und sagst mir welche da muss ich nämlich das allererste drücken was davon vorkommt bei meinen weißt du was ich meine da steht da zum beispiel like you und wenn das alle erst like ist dann muss ich gleich als erstes drücken wir haben jetzt noch 40 sekunden dass die zeit links aus und also holt und ist das wort unten rechts muss ich dir wort ansagen und irgendwo muss wort stehen und eine kombination von mehreren wörtern nacheinander wort nicht wort was habe ich gesagt sprich die doch mal richtig aus ja ich habe ich habe aber trotzdem nicht habe ich aber trotzdem nicht leider ganz kurz wir sind explodieren read the display ok and you step one ich darf das nicht sehen aber ich gucke es ganz kurz an welche welche seite ist das 99 page 9 ich darf das eigentlich sehen aber es ist gerade wichtig genauso gucken jetzt zum beispiel hold on waren wir jetzt genau und rechts ist das genau und jetzt kriegst du eine seite weiter nach unten da ist der auf seite auf seite 10 ich habe gesagt sonst wollen das habe ich nicht gehört und dann wäre jetzt zum beispiel da warte kurz ein wort mit fragezeichen dann hättest du jetzt zum beispiel wort gewesen so und dann hättest du jetzt mir vorgelesen was da für wörter sind und das erste wort was 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 richtig mit dem wörter die sexuellen nicht da steht dafür einstimmen müssen da muss ich dann anklicken genau doch das ist was sogar das war ja das ist ja auch so ekelhaft und dennoch jugend richtig weißt du nicht nur user ist es halt und dann kommt das muss man dann auch noch und miteinander ok gut dann habe ich jetzt aber jetzt auch kapiert fett ja sehr gut gut dass ich ihr wieder schon mal angeguckt habe ja das war der erste schrei thomas endlich ja wenn du dich auch sprechen kannst du lisper master ja ja guck mal guck das wieder an dann siehst du dass ich die ganze zeit wort gesagt das drehte drehte zwei gelb einer blau zwei gelb einer blau das ist ja schön wie viel drehte gibt sechs habe ich gesagt nein ich finde es gut dass ich einen gelben zwei gelbe hast du einen roten nee aber einen blauen dann den letzten war richtig so wieder die zeichen erst mal ok komische mit dem mit dem t was ungekippt ist und der drei die ungekippt ist und oben drauf ist ein dreieck perfekt habe ich denn deshalb als zeichen oben in den strich habe ich denn ein sehr gekräuseltes haar mit einem jahre schwänzchen und dann ein umgedrehtes n sozusagen ein oder gespiegeltes n mit mit sehr kräuseligen enden sieht fast aus wie ein blitz ok dann half life ja das n das umgedrehte t da und drei ja das ja ok 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 so ok das war sogar denken machen wir jetzt weiter mit diesen display was wir gerade hatten aber auf dem display steht nichts display steht nichts dann ist das unten links und links ist uu also u h leerzeichen u h ok u h jetzt einfach leerzeichen u h ok genau dann wäre es nur ja nur ein u nun habe ich das war richtig okay sehr gut das nächste kommt jetzt steht oben jetzt jetzt steht oben yes ok habe ich mitte links mitte links da steht euro also j o u r y u r sorry oder oder nein 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 das ist ja aber das dritte okay also dass das was das jura mit apostrophe und ohne nein nein außerdem geschrieben ist es u h u h u ok war richtig sehr gut ja ob es geschafft mit nein ried ist jetzt also ja r e a d ok ok habe ich mitte rechts weit also rechts oder rechte habe ich jetzt ich habe ein serie namen mit nk also keine vokale drin simons mit batterien aber ich glaube das ist nicht wichtig oder ok sind indikatoren wichtig oder diese serie namen die serie namen ok gut das kann das kein vokal drin das kein ok genau gelb leuchtet gelb leuchtet yellow flash ok dann kommt red ok red drücken ok habe ich und dann zweimal gelb zweimal gelb jetzt also zweimal rot oder ok dann kommt jetzt rot also zweimal rot ok ok hat funktioniert zweimal gelb einmal blau das finde ich jetzt gemein zweimal gelb und einmal blau dann ist es einmal rot und gelb ja ok das war richtig zweimal rot einmal gelb gelb blau rot richtig bitte gelb 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 blau rot dann ist das grün einmal und dann ist es gelb und grün gelb ich bin immer noch bei ich muss immer noch die alte kombination nehmen immer noch rot rot gelb gelb also ich muss ja immer nur 1 dazu dichten also die erste kommen wie oft blickt es jetzt zweimal rot gelb 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 blau rot ok gelb gelb also das wäre jetzt grün gelb und blau nein ich bin immer noch bei ich muss immer noch die alte kombination nehmen immer noch rot rot gelb du musst immer nur eine dazu dichten da gebe ich wieder rot rot gelb ein der die dazu gesagt hast und dann wieder eine dazu weiß was ich meine es bekommt keine neue kombination also wenn ich mit rot anfange ist die erste kombination immer rot und das ist die erste platte ich immer drücken muss rot also gelb heißt ja noch mal zweimal gelb heißt dann wieder rot rot bekommt halt rot rot und dann sagtest du ja blau heißt gelb oder grün verstehst du also ja gut also das speichert sozusagen die erste runde genau ich schreibe das auf ok also also gelb heißt halt rot wenn zweimal geld kommt heißt zweimal rot perfekt und denkt kam halt blau das hieß ja grün oder gelb bin wieder gelb genau dann heißt es halt rot rot gelb und dann kam ja blau das grün kann dazu oder ich weiß es gar nicht mehr den vierten den vierten step sagen müssen die kombination genau okay okay fangen wir an mit den großen weißen knopf auf dem holt steht der scheiß knopf oh gott ok große weißer knopf auf dem holt steht wieviel batterien hat der rotz 2 2 2 kleine drückt den mal bis die zahl 4 kommt verdammt ok war da kurz jetzt will ich aber kurz warten bis die zahl 4 wiederkommt ich das wieser falsch gemacht drücken bis die zahl 4 kommt ja ja ok war richtig so die zeichen die zeichen ok 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 hau rein k mit geschwiegelten k dran habe ich kleines b mit c drin kleines b mit t drin bin ich denn doof habe ich denn diese sexy um eingedrückt ist ja denn und dann wie dieses komische mit t um gekippt 3 und die sechs dann bt ja dann ein komisches zeichen mit der 3 und das nächste ist wieder das mit diesen da steht oben ok da musst du mir das wort sagen oben steht ok ok dann oben rechts da steht auch wieder ok ok warte mal kurze mittel ok ok ist richtig ok so nächstes wort ist sei und das aber mit einem apostroph also kein a ok unten links ok jetzt noch ein paar stelle oder rechts ok also wieder rechts oder rechte das hatte doch hier unten noch mal ok jetzt nach ring ready Press. Okay, stop, ready, ist drin. Haben wir geschafft. Jetzt kommt wieder Simon Says. Okay, und was war da nochmal wichtig? Serial Number, ob es da selbst leute drin ist. Ist ein E drin, ja. Okay, dann weiß ich. Es leuchtet gelb. Es leuchtet gelb, dann ist es grün. Grün, okay. Ich habe grün gedrückt und gelb, rot. Dann blau. Dann grün, blau. Warte kurz, ja grün, blau, genau. Okay. Gelb, rot, blau. Grün, blau, rot. Grün, blau, rot. Und gelb, rot, blau, grün. Grün, blau, rot, gelb. Grün, blau, rot, rot, gelb. Richtig. Yeah. Haben wir es geschafft. Ja. Juhu. Mit einer Minute für die 14 Uhr. Hatten wir noch? Ja. Okay. Cool. Diffused. Ihr Huren. Ihr Huren. Schaffen wir. Bei der letzten mit Simon Says. Hatten wir dann Strike schon? Nö, ne? Kein Strike. Witzig ist, du musst mir dann sagen, ob wir schon ein Strike haben oder nicht. Stimmt. Dann kommt es eine andere Spalte. Ja, richtig. Stimmt. Also das ist auch ein bisschen gemein und sowas. Ist ja tricky. Okay. Einfach nur noch. Einfach nur noch. Einfach nur noch. Dann sind wir auch durch mit Section 2, die Basics. Dann kommt das schwierig. Okay. Dann kommt moderat. Oh Gott. Drei Minuten. Drei Module. Okay. Können wir schaffen. Ach, ja, ja. Ja. Ich geb mir Mühe. Ist ein Knopf dabei? Bitte sag nicht, dass ein Knopf dabei ist. Die Knöpfe sind auch das einfachste. Das ist dein größter Rotz, die Knöpfe. Kein Knopf dabei. Gott sei Dank. Okay, erstmal fangen wir mit den Symbolen an. Das ist mal noch. Symbole, okay. Ihr nehmt dieses komische, gespiegelte N mit diesen Schnirkeln obendran und sie das ein bisschen aus dem Besitz. Okay. Dann wieder dieses T mit dem E und dem Dreieck. Okay, denn ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. Und das geschnürkelte H. Okay, der Blitz. Dann das komische Zeichen mit dem E unten. Das geschnürkelte H. Also dann fertig. Das Mais. Okay, Mais, Mais, Mais. Geil. Wo bist du, du Stück? Okay, okay. Ich fange erstmal die Kreise. Von oben rechts, das zweite nach links. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefunden. Achso. Doof zum Scrollen. Alles gut, alles gut. Wir haben noch zwei Minuten 15. Wir haben noch nicht. Jetzt habe ich. Okay, hau rein. Der erste, der erste Kreis ist, von oben rechts geht das zweite nach links. Also eins, zwei. Also weißt du, was ich meine? Oben rechts das zweite. Okay, habe ich, habe ich. Gut, denn unten links, ein nach oben und zwei nach rechts. Also drei nach rechts. Der dritte Punkt. Gut, und ich bin, wenn du von dem unteren aus gehst, ein nach oben, ein nach rechts. Habe ich. Und ich muss zwei nach rechts und ein nach unten sozusagen. Boah, ist das gemein. Zwei Punkte nach oben. Okay. Ein Punkt nach rechts. Ja. Ein Punkt nach oben. Ja. Ein Punkt nach rechts. Ja. Zwei Punkte nach unten. Eins, zwei. Ja. Ein Punkt nach links. Jupp. Zwei Punkte nach unten. Ein nach rechts. Und ein nach rechts. Sehr gut, haben wir geschafft. Sehr gut. Lead ist jetzt, das mit dem Namen drin steht. Ich muss sagen, das Wort. L-E-A-D. L-E-A-D. Unten rechts. Dann. D-O-N-E. Done. Done. Sure. Uhuhu. Next. Next habe ich. Okay, weiter. Das nächste Wort ist. Lead wieder. Also wieder unten rechts. Unten links. Unten links. Done. Dann ist es done. Sure. Uhuhu. Next. Also U-H-U-H. Ja. Okay, das ist, nee, das war falsch. Warte, wie heißt das Wort nochmal? Warte kurz. C-E-E. C. Ach. Sie. Wir haben gesehen. Unten rechts. Ich habe Lead verstanden. C. Sie mit C. C-E-E. C-E-E. Okay, dann unten rechts. U-H-H-H. Also U mit drei Hs. Ein U mit drei Hs. Ich habe nur U-H. H-U-H. Nee, nee, also bei mir steht ein U mit drei Hs. Okay, habe ich ready, nothing, left, what. Okay, warte, was haben wir nicht mehr, vier Sekunden noch. Aber U, das ist noch mal, okay, schade. So hochgegangen. Also wenn ich eins falsch mache, weil ich habe ja den geklickt, also sag ich muss das drücken. Es kommt ein neues Wort, es bleibt nicht das alte. Okay, passt. Ja, nee, ist nicht so schlimm. Darum war jetzt auf einmal C mit C. Okay, okay, okay. Ist auch gemein, dass sie unfalsche, unrichtige Wörter nehmen. Unfalsche Wörter. Gut, wir sind noch nicht mal in der Stunde. Wir können das jetzt auch, also das schaffen wir jetzt auch. Das schaffen wir noch. Wir schaffen noch. Gut, ich habe schon noch Flüteile. Okay. Gut, Drähte. Sechs an der Zahl. Sechs an der Zahl, okay. Hau rein. Zwei rote, drei gelbe. Zwei rote, drei gelbe. Das Wörter. Ja, richtig. So, wieder das mit dem oben steht Wort, sagst du was. Read, Doppel E. Also R, E, E, D. Unten links. No. No, no. Blank. Uh. Read. First. Wait, also wie warten. Ja. Okay, war drin. Das nächste Wort ist first. Also erster. Oder erster. First. Oben rechts. You are. Normal ausgeschrieben. You are. Also you are, nicht you are. Okay. You are. Next. Yeah. Like. Uhu. What. Don't. Okay, what. Okay. Okay, das nächste Wort ist read. Also lesen. Mitte rechts. You are. Mit apostroph. Ohne A hat hin. Okay. You. You are. Mit apostroph. Okay, ist drin. Okay, fertig. Jetzt kommt wieder Simon Says und du brauchst das Serial Number. Es ist kein Vokal drin. Okay, fett. Hau rein. Es leuchtet grün. Grün. Dann green. Okay, dann grün. Dann leuchtet es gelb. Dann grün und rot. Okay. Du musst mir nur dann das nächste sagen. Sonst komme ich durcheinander. Grün, gelb, rot. Blau. Blau. Okay. Warte kurz. Grün, rot, blau. Okay. Grün, gelb, rot, rot. Okay, denn es ist ja nochmal blau. Ja. Warte kurz. Grün, rot, blau, blau. Skyshaar. Yeah. Yeah. High five für uns. Sehr gut. Okay, das war anstrengender. Das war jetzt nicht ohne und wir hatten da kein Strike. Das war auch dann wichtig. Ja, no Strikes. Time remaining. Eine Minute circa. Genau, richtig. Meine Damen und Herren, wirklich ein geiles Spiel, muss ich sagen. Simon Says hat 15 Euro auf Steam und muss halt mal gucken, ob Angebote es noch gibt. Wirklich cool. Wir versuchen den Spaß zusammenzuschneiden und sowas und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach in die Kommentare oder auch mal einen Daumen nach oben, wäre auch nicht schlecht, obwohl ich eigentlich nicht so fern bin davon zu betteln und sowas. Und wir lieben euch. Wir lieben euch alle, aber alle. Danke fürs Mitfiebern und Mutti, wir haben euch lieb. Tschüss, wir düs. Tschüss. Tschüss.